Hey Mela ich habe einen großen Gefallen kannst du mir helfen? Klar was brauchst du? Meine Eltern kommen um mich zu besuchen aber ich kann nicht zum Flughafen gehen um sie abzuholen ich habe einen wichtigen Termin glaubst du du kannst zum Flughafen gehen und sie abholen? Ja absolut aber wie sehen deine Eltern aus? Ja nun sie sehen tatsächlich irgendwie einzigartig aus also kann man sie nicht verfehlen mein Vater er ist wirklich groß und er ist wirklich haarig er hat große afroähnliche Harre und eine Gesichtsbehandlung er hat einen Fuhrmann Kuh also einen Schnurrbart und einen kleinen Spitzbart und er ist irgendwie muskulös Wow ich denke ich sollte deinen Vater sehr leicht sehen können Richtig du kannst ihn also nicht vermissen und auch meine Mutter ist ziemlich einfach sie ist wie 60 Sie ist in den 60 Jahren und hat blondes Graus Haar sie ist mittelgroß und sie ist durchschnittlich groß Okay nun das klingt nach keinem Problem ich glaube ich kann sie am Flughafen finden Okay es wird eine andere Person bei ihnen sein und sie könnte diejenige sein die sich tatsächlich umschaut und versucht dich zu finden und das ist meine Nichte Okay also ist sie in ihren 20ern sie ist sehr dünn und hat lange blonde Haare und ja sie ist ziemlich energisch Also wirst du sie wahrscheinlich herumlaufen sehen ich habe das Gefühl sie wird diejenige sein die dich sucht Okay großartig dann suche ich deine Nichte Okay großartig ich weiß das wirklich zu schätzen Kein Problem Blöms like Entschuldigung Gloitus And 못 da Un deliberately Lieber Ab Man